Hallo zusammen, ich wurde zum ersten Mal für eine Instagram-Challenge nominiert von der lieben Sarah Ali Hotschi, denn da mache ich sehr gerne mit. Die Challenge ist unter dem Hashtag RandomReadingWithYou von Sibyl Roth ins Leben gerufen worden. Und da geht es darum, eine Seite in einem Projekt vorzulesen. Die Sarah hat für mich die Nummer, die Seite 47, ausgewählt, weil ich bei meinem Projekt bei Seite 42 bin, an dem ich schreibe, gibt es die Seite von Rache des Vergangenen, die ich gerne vorlese. Aber bevor ich vorlese, nominiere ich zwei weitere Menschen für diese coole Challenge, und zwar einmal die Kerstin Rothenbecher und einmal die Sarah Jo Clark. So, dann beginne ich mit dem Lesen und übrigens, diese Seite ist aus dem Kapitel von Lorraine. Wo arbeiten sie denn? Bei meinen Eltern. Sie schob ihre Brille hoch. Na, aber dann bekommen sie bestimmt Kost und Logis, oder? Schon, aber ich möchte ausziehen und einen Job finden, bei dem ich Geld verdiene. Na dann, viel Erfolg, niemand hält sich auf. Die Frau wandte sich wieder dem Bildschirm zu. Doch, aus diesem Grund bin ich hier, sage ich betont ruhig. Allmählich macht mich ihre gespielt naive Art wütend. Ich brauche nur vorübergehende Sozialhilfe, bis ich einen Job gefunden habe. Ihre Stirn legt sich in Falten. Na hören Sie mal, da kann doch nicht jeder einfach hier hinein spazieren und Sozialhilfe verlangen. Suchen Sie sich eben erst einen Job und ziehen Sie dann aus. Meine Hände wurden feucht. Hören Sie, das geht nicht. Ich kann mir keinen Job suchen, wenn ich jeden Tag 15 Stunden arbeite. Das müssen Sie mit Ihrer Familie regeln. Was haben wir damit zu schaffen? Ich atme tief ein. Damit dieser Dummenus begriff, was Sache war, musste ich wohl deutlicher werden. Mein Körper zitterte und ich konnte nur noch mit Mühe die Tränen zurückhalten. Ich werde mit Gewalt zur Arbeit gezwungen. Wenn ich sie verweigere, stehe ich auf der Straße. Um da herauszukommen, brauche ich zuerst eine eigene Wohnung. Ein kleines Zimmer würde mir schon reichen, damit ich mir eine menschenwürdige Arbeit suchen kann. Die Falten auf ihr stehen glätteten sich. In ihren grünen Augen meinte ich, einen Hauch Mitleid zu erkennen. Das tut mir leid für Sie, sagte sie etwas weicher. Aber hier ist die Seite zu Ende. Ich hoffe, du hast mir gerne zugehört. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorgelesen. Dann danke, dass du bis zum Ende geschaut hast. Und eine gute Zeit. Dann danke, dass du bis zum Ende.